Musik Ich möchte Sie ganz persönlich einladen, ein Stück weit dem Weg der Mystiker zu folgen, zum Erwachen. Denn Erwachen ist nicht etwas für wenige Menschen, sondern für uns alle. Es ist der Weg nach Hause, zu unserem wahren Sein, zu der Glückseligkeit, aus der wir gekommen sind und in die wir wieder gehen. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist die Essenz aller Religionen und aller Traditionen, aller Lehren, die ich studiert habe in all den Jahrtausenden. Dieser Weg war früher schwierig und war nur mit großem Engagement möglich. Heute aber ist allgemein eine kollektive Zeit des Erwachens. Es wurden auch in der modernen Psychologie viele neue Verfahren entwickelt, um zu sich selbst zu kommen. Um, wie die Griechen sagen, sich selbst zu erkennen. Und das ist der wahre Sinn des Menschen. Letztendlich geht die ganze Reise daher, zu sich selbst zu kommen, zu sich selbst zu erwachen. Und dazu lade ich Sie nochmal herzlich ein. Auch ich habe viele moderne Methoden entwickelt, wie dieser Weg leicht geht. Und es braucht keine lange Zeit, es braucht nur Willigkeit. Und schließlich ist das Ziel, jedes Menschen glücklich zu sein. Und das ist das erste Ziel dieser Mystiker. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020